Servus, ich bin's, der Kastner Maxi. Ich zeige euch heute mal unseren Mannschaftsbus mit unseren Partnern Autobus Oberbayern und Yokohama. Kommt einfach mal mit. So, wie gewohnt, hier der Busfahrer, wenn man ein bisschen Pause ist, dann sitze ich mich gerne da drauf. Ist gemütlich, hat ein bisschen Erfederung, macht Spaß. So, unterer Teil ist Coaches, Staff Part, das ist der Don, der Vox, der Pat, ab und zu der Christian, wenn er mitfährt, sitzt er hier. Dann hier bei den Tischen, das ist natürlich heiß begehrt, da sitzen unsere Physios, Teammanager und Fitnesscoaches. Aber jetzt, glaube ich, kommt es zum spannenden Teil. Unsere Kaffeemaschine und natürlich, jetzt ist zugesperrt, ne, doch nicht. Red Bull, Wasser, alles für uns da, da wird man nicht verdurscht. Schauen wir ihn auf. Hier hinten ist es natürlich heiß begehrt, da sitzen die Veteranen, die alten Spieler, die alte Garde, angefangen vom Saidi, Hagi, Gogi, Franky. Der Yasser mittlerweile zieht sich auch zu den alten Spielern, hat sie natürlich jetzt auch mal hinter sitzen dürfen. Dann kommen wir zur Import-Sektion. Wir haben so drei Bereiche, drei, vier Bereiche. Da sitzen die ganzen Imports, da sind sie alle zusammen, können über Fantasy-Football, über Nordamerika sprechen. Da sind sie alleine, haben sie Ruhe, das machen sie gut und da stört sie auch niemanden. So, die nächste Sektion, die fängt ab hier ungefähr an, das ist die Yanggang-Sektion. Da wird nicht viel geredet, die sind alle meistens am Handy, spielen da was oder Nintendo Switch, spielen Mario Kart und das war's eigentlich. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Dann da vorne, der heiß begehrteste Platz, da darf niemand sitzen, das ist der Danny. Da hat er seine Ruhe, da kann er sie hinlegen, ausstecken, allen drum und dran, seine Netflix oder etc. Apple-Sachen anschauen und da lässt ihn auch, glaube ich, jeder in Ruhe. So, die nächsten Plätze, das ist die Bayern-Sektion, da sitz ich, der Conny. Wir haben den besten Blick von allen in der Mannschaft und natürlich da, der Daubi. Da haben wir eine sehr gute bayerische Fraktion, wo wir uns unterhalten können. Da versteht uns niemand, wenn wir uns mit dem Dialekt unterhalten und ja, das Problem ist nur, wenn der Conny und ich gerne mal hintergehen und alle schlafen, dann müssen wir über alle drübersteigen und das ist ab und zu ein bisschen happige Situation. Aber wir meistern das und ja, so schaut's bei uns im Bus aus. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Euer Kasti.